Kommt er jetzt endlich? Jetzt kommt er runter, glaube ich. Aber auch sonst machen wir, wenn er nicht mehr fliegen kann. Ja. Für alle Deckung! Oh ne, du stellst den Bild. Super! Das gibt die Screenshots. Geh doch mal von der Kamera da weg. Irgendwelche Loops müssen wir ja in die Dusche-Kamera hüpfen. Bei irgendwelchen Jokus. Das war's, das geht jetzt in den Wald, oder? Jawohl. Wenn du den Story-Modus-Splitzen nach Explore machst, dann ist man ganz schön geflasht. Eigentlich meinen wir immer noch mal. Ja, treu dich... Ja, treu dich, Arme. Treu dich! Ja, treu dich! Ja, treu dich... Hm. Wer will, kann sich jetzt an die Kanonen stellen. Irgendwie Aussicht genießen. Ich habe mich schon gesagt, vorbei. Ah, okay. Ich muss sagen, hat mir so etwas mehr Spaß gemacht. Und das ist alles? Wahrscheinlich ohne Kanonen geht es halt nicht. Da kriegst du ihn nicht runter. Da kriegst du ihn nicht runter geholt, sozusagen. Die Änderung ist ja für den Arsch. Vor dem Patch haben irgendwelche Flammen gemacht, die sich von der Kanone weggezogen haben und Schaden gemacht haben. Jetzt haben wir noch 2 drücken. Das ist alles? Jetzt habe ich gerade ziemlich wehrlicher. Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein riesen Endboss-Kampf. Ja. Boah. Das ist echt bitter. Arg enttäuschend. Ja, weiß ich. Ich habe noch etwas reingekommen. Da war der Weg hierhin wesentlich schwerer bei den Quests. Aber es war optisch sehr eindrucksvoll. Ja. Ja gut. Du wolltest posen. Wollt dann. Genau. Ja. Du hast schon... Ja, das ist doch wie Zusammenschluss. Ja. 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 Ja.